Ardex Silikone Fugendichtstoffe Optimal abgestimmt auf das Ardex Fugenmörtelsortiment. Sie können im Außen- und Innenbereich an Wand- und Bodenflächen verwendet werden. Ardex ST, das Natursteinsilikon. Ein neutral vernetzender Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung. Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich werden elastisch geschlossen. Ardex ST dichtet Fugen zwischen Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarz, Gneis, Sollenhofener Platten und weiteren Werkstoffen ab. Ardex ST ist dabei leicht spritz- und glättbar. Hat gute Hafteigenschaften, ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Ardex ST für elastische Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen. Besonders in Natursteinbelägen, auf Balkonen, Terrassen und Fassaden und in vielen weiteren Anwendungsbereichen. Perfekte Ergebnisse erhalten Sie beim Einsatz der Primer. Ardex SP1 für saugende Untergründe wie Beton, Putz und Naturstein. Ardex SP2 für nicht saugende Untergründe wie Metalle und Kunststoffe. Und dem gebrauchsfertigen Glättmittel Ardex SG zur Benetzung der Oberflächen von Ardex Silikondichtstoffen. Ardex SP2 für nicht saugende Untergründe wie Zeitveranstalt Multipl Grünt und 23 하고 Festen. somebody we